Meint ihr, wir sollen uns treffen? Ich schaute auf mein Telefon, ich erhielt eine Nachricht von SJ, einem Online-Freund. Ich starte die Nachricht einige Sekunden lang an und hab nicht geantwortet. Ich war von Gefühlen überwältigt, ich möchte ihn treffen, aber ich hatte Angst. SJ und ich haben uns vor sieben Monaten durch Online-Gaming kennengelernt. Wir waren beide von Fortnite besessen und schon bald bildeten wir ein Team und fingen an, zusammen zu spielen. Wir haben unsere Spiele gewonnen. Wir schrieben ununterbrochen SMS, wir kümmerten uns umeinander, wir hatten mehr Dinge gemeinsam als nur das Spielen, wir liebten dieselben Filme, wir waren beide von Pommes besessen und wir haben denselben Musikgeschmack. Am Ende unterhielten wir uns stundenlang und tauschten Nachrichten aus. Wir teilten persönliche Geheimnisse über unser Leben und wir fühlten uns frei. Wir wissen nicht viel voreinander, nicht einmal die echten Namen der anderen. Wir wussten nur, dass wir in der gleichen Stadt leben. Dann wurden die Dinge kompliziert, weil wir anfingen, Gefühle füreinander zu entwickeln. Er schickte mir eine Nachricht, in der er sagte, irgendwie mag ich dich. Ich mag dich wirklich gern und ich denke, es wäre großartig, wenn wir uns wirklich treffen könnten. Meinst du nicht auch? Ich lächelte und schrieb zurück, lass mich darüber nachdenken. Ich ging in mein Zimmer und schaute in den Spiegel und alles, was mir einfiel, war, wie soll ich ihm mit diesem Gesicht und diesem Körper begegnen. Ich versteckte mich online und verbarg all meine Unsicherheiten. Ich war nicht bereit, mich zu entlarven. Ich meine, ich mag SJ auch, aber die Sache ist die, dass ich nicht so dünn oder hübsch war, wie die anderen Mädchen. Ich war die einzige Rothaarige mit Sommersprossen, die mein ganzes Gesicht bedeckten, was nicht gerade den normalen Schönheitsstandard entsprach. Blond zu sein, war das Schärfste. Ich saß auf dem Bett und dachte, oh Mann, was soll ich nur tun? Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen, weil ich zu viel darüber nachdachte. Aber morgen entschied ich mich, ich muss ihn sehen. Wir können diese Beziehung nicht nur virtuell lassen. Und wenn er mich nicht so akzeptiert, wie ich bin, dann sind wir auch nicht die richtigen Freunde, die wir vorgeben zu sein. Lass uns dieses Wochenende treffen. Freitagnachmittag? Wie wär's? Schrieb ich ihm und er antwortete, oh, ich dachte schon, du würdest gar nicht antworten. Ja, das wäre großartig. Ich kenne ein erstaunliches Restaurant, das großartiges Essen serviert. Ich schicke dir die Uhrzeit und die Adresse später per SMS. Aber warte, wie werden wir uns denn erkennen? fragte ich. Ich werde eine schwarze Mütze mit dem Buchstaben B tragen, antwortete er. Abgemacht. Ich schickte ihm die Nachricht mit einem augenzwinkernden Emoji. Und dann begann ich mich für die Schule vorzubereiten. Drei Tage lang konnte ich an nichts anderes mehr denken, als ihn zu treffen. Ich war ängstlich und aufgeregt zugleich. Der Freitag kam schnell und ich ging morgens zum Friseur und ließ mir eine neue Frisur machen. Ich trug mein schickstes Outfit, das ich besitze. Ich war zufrieden mit dem Ergebnis. Ich kam zehn Minuten zu spät und bevor ich ins Restaurant ging, sah ich einen schwarzen Mann mit Mütze und dem Buchstaben B drauf. Als ich genau hinsah, war ich schockiert. Als ich sah, wer es war. Es war Josh, der Käpt'n des Fußballteams, der schärfste, attraktivste Typ unserer Schule. Und der Tyrann, mit dem ich geschworen hatte, nie wieder zu sprechen, weil er mir in der fünften Klasse alles angetan hatte. An diesem Tag bat uns der Lehrer, unsere Lieblingstiere zu nennen. Alle Schülerinnen und Schüler sprachen über Katzen, Hunde und Fische. Und ich sagte, dass meine Lieblingstiere Gorillas seien, weil sie wirklich klug sind. Die Lehrerin war froh, dass ich eine andere Antwort hatte, aber Josh stand auf und sagte, sie mag Gorillas, weil sie wie ein Gorilla aussieht. Sie haben auch die gleichen orangefarbenen Haare. Alle fingen an zu lachen und ein ganzes Jahr lang nannten sie mich Gorilla Manila, weil ich Maynie hieß. Ich wurde zu einem wandelnden Witz und niemand wollte mit mir überfreundet sein oder mich zu seiner Geburtstagsfeier einladen. Ich schaute durch das Fenster und war wütend, als ich erfuhr, dass ich mich in den letzten sieben Monaten mit einer abscheulichen Person wie ihm unterhalten und gespielt hatte. Was, wenn das ein Witz war? Was, wenn er wusste, wer ich bin und sich nur über mich lustig wachen wollte? Diese Idee erschreckte mich so sehr, dass ich mich einfach umdrehte und ihn dort warten ließ. Ich ging nach Hause und beschloss, nie wieder mit ihm zu sprechen oder ihm irgendwelche Nachrichten zu schicken. Diese Beziehung ist vorbei. Am nächsten Morgen wachte ich auf mit einer Nachricht von ihm. Ich habe zwei Stunden lang auf dich gewartet. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ich weiß, dass du mich nicht versetzen würdest, wenn es nicht was Ernstes wäre. Och, warum fühle ich mich so schlecht deswegen? Wie soll ich ihm sagen, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben will? Ich habe die Nachrichten offengelassen. Ich habe nichts geschrieben. Am Montag ging ich zur Schule, aber sobald ich ankam, begann ich, ihn zu suchen. Ich hatte diesen unaufhaltsamen Drang, ihn zu sehen. Die Fußballmannschaft trainierte draußen, also ging ich dorthin, aber was ich gesehen hatte, hat mich noch entschlossener gemacht, nie wieder mit ihm zu sprechen. Er küsste ein anderes Mädchen, Ashley, eine sehr heiße Blondine, mit der jeder Kerl in unserer Schule ausgehen wollte. Was zur Hölle? Hat er mich verarscht? Ich glaube, die ganze Ich-Mag-Dich-Sache ist vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat. Ich drehte mich um und ging zurück in die Klasse, aber dann passierte etwas Unerwartetes. Später, während des Chemieunterrichts, klopfte die Tür und Josh kam herein. Mein Herz klopfte schnell und ich begann grundlos zu schwitzen. Er sprach ein paar Worte mit dem Lehrer und dann sagte der Lehrer Das hier ist Josh, er wird ein Jahr bei uns bleiben. Dann sah er mich an und sagte Manny, er wird dein Partner bei dem Projekt sein. Ich schrie, was? Nein, ich mag das nicht. Aber der Lehrer bestand drauf. Er wird dein Partner, Manny. Du machst immer alles alleine. Du sollst zur Abwechslung auch mal einen Partner haben. Ich habe versucht, Einspruch einzulegen, aber... Kein Aber, schrie der Lehrer. Belassen wir es einfach dabei. Dann kam Josh und setzte sich neben mich und sagte Hey, ich bin kein Monster, weißt du? Ich wollte weglaufen, aber ich lachte nur unbeholfen und sagte Ich weiß. Er war so ruhig, aber ich konnte nicht still sitzen. Wir schwiegen uns an, aber sobald die Klasse zu Ende war, ging ich so schnell ich konnte raus. Ich ging direkt zur Toilette der Mädchen. Und aus heiterem Himmel schickte ich SJ eine Nachricht, in der ich sagte, dass es mir wirklich leid tat, aber ich war so krank, dass ich einfach nicht kommen konnte. Ich habe gelogen, aber meine Neugier hat mich übermannt und ich wollte sehen, ob er in der realen Welt so nett zu mir sein wird, wie er es in der SMS war. In der nächsten Chemieklasse war ich viel entspannter. Josh saß neben mir, aber er war super schläfrig. Ich fragte ihn leise, warum bist du hier? Im Chemieunterricht meine ich. Und er antwortete Ich muss Zusatzpunkte für mein Stipendium sammeln. Du siehst wirklich müde aus. Das liegt daran, dass ich gespie... gelernt habe. Ich lachte. Er hat gelogen. Wir haben die ganze Nacht gegen eine schwedische Mannschaft gespielt und wir haben gewonnen. Warum lachst du? fragte er. Oh, gar nichts. Ich kann dir helfen, Punkte zu bekommen. Ich bekomme nämlich immer Einsen in Chemie. Ihm gefiel zwar nicht, was ich sagte, aber er nickte und sagte, okay, gut. Wir begannen gemeinsam an dem Projekt zu arbeiten und mussten uns nach der Schule treffen. SJ war nicht sehr klug, aber unter meiner Anleitung schafften wir es, das Projekt fertigzustellen und eine Eins dafür zu bekommen. Als er seine Note sah, bat er mich, ihm Nachhilfe in anderen Fächern zu geben. Er sagte, er würde mich bezahlen. Und ich sagte, ja. Ich könnte das zusätzliche Geld gebrauchen. Und je mehr Zeit wir miteinander verbrachten, desto mehr stellte ich fest, dass er gar nicht so schlecht war. Und vielleicht war die ganze Gorilla-Manilla-Sache nur ein Kindheitsfehler. Aber etwas anderes beunruhigte mich jetzt. Er traf sich immer wieder mit Ashley. Oh, wie sie hasste. Sie kam und küsste ihn auf die Wange und sagte, oh Schatz, ich hab dich vermisst. Und manchmal hat er unsere Privatstunden geschwänzt, um bei ihr zu sein. Einmal, als wir Geschichte studierten, rief Ashley ihn an und als er das Gespräch mit ihr beendete, stand er auf und sagte, tut mir leid, aber ich gehe jetzt mit Ashley auf eine Party. Ich war wütend. Ich war eifersüchtig und hatte das Gefühl, dass er mich betrügen würde. Ich sagte ihm, warum geht es immer nur um sie? In dem Moment, in dem sie anruft, bist du sofort für sie da. Dein Studium ist wichtiger, als zu irgendeiner blöden Party zu gehen. Entschuldigung, du bist nicht meine Mutter. Das ist mein Leben. Ich schrie, Gut, dann erwarte nicht, dass ich hier auf dich warte, während du es zerstörst. Ich holte meine Sachen und ging und er war verwirrt. Mir wurde klar, dass ich mich wahnsinnig in ihn verliebt hatte, aber trotzdem konnte ich ihm nicht sagen, wer ich war. Ich konnte mich nicht dazu bringen, es zu tun. Ich hörte auf, mit Josh zu reden. Er versuchte, mit mir zu reden, damit ich ihm wieder Nachhilfe geben konnte, aber ich weigerte mich. Ich habe auch die Nachrichten mit SJ nicht mehr richtig beantwortet. Ich habe alle unsere Spiele abgesagt und immer, wenn er davon sprach, sich wieder mit mir zu treffen, erfand ich eine Lüge und tat so, als wäre ich beschäftigt. Aber eines Abends erhielt ich eine Nachricht von SJ. Sie war kurz, aber erschreckend. Ich habe Krebs. Ich blinzelte zweimal auf die Nachricht. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte, aber dann fügte er hinzu, Du bist der einzige Mensch, der das weiß, neben meinen Eltern. Ich weiß nicht, wie ich es meinen Freunden sagen soll. Ich stand entsetzt da. Ich antwortete, es tut mir sehr leid, das zu hören, aber ich werde für dich da sein. Er erzählte mir von seinem Behandlungsplan und wie er die Nachricht erhielt. Es war verheerend. Als ich ihn am nächsten Tag in der Schule sah, schien es ihm gut zu gehen. Er war fröhlich wie immer und lachte mit allen, als ob ihm nichts passiert wäre. Als ich unsere Blicke traf, kam er lächelnd zu mir und sagte, Ich weiß, dass du wütend auf mich bist. Aber ich möchte nur, dass du weißt, dass ich dank dir all meine Prüfungen bestanden habe. Ich kann mich für das Stipendium bewerben und ich will, dass du mir beim Endspiel zuschaust. Toll, sagte ich. Ich wollte ihn umarmen, aber das wäre seltsam. Also sagte ich einfach, wir sehen uns. Zwei Wochen später war das Endspiel und ich musste hin. Es war mir egal, ob ich als Freund oder Nachhilfelehrer oder als anonymer Freund dahin ging. Aber ich musste einfach da sein. Ich war besorgt, dass er spielte, während er krank war. Ich wusste, dass er sein Leben so normal wie möglich leben wollte, aber es war trotzdem gefährlich. Die erste Halbzeit verlief reibungslos. Er hat sogar ein Tor für seine Mannschaft geschossen. Ich habe mich für ihn gefreut. Doch dann in der zweiten Halbzeit bemerkte ich, dass er kaum noch atmete. Als er lief und plötzlich stehen blieb und sich die Hand auf seine Brust legte, bin ich ausgeflippt. Ich ging vom Stadion herunter und rannte direkt auf das Spielfeld, wo die Sanitäter versuchten, herauszufinden, was mit ihm los ist. Der Sanitäter sagte, wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen. Er atmet nicht. Und ohne nachzudenken, sagte ich, er hat Krebs. Alle schauten mich schockiert an und einer der Sanitäter fragte, bist du sicher? Und ich antwortete, natürlich, 100%. Sie brachten ihn in einen Krankenwagen und ich ging mit ihm. Ich betete den ganzen Weg dorthin, dass sich seine Situation nicht verschlimmert. Seine Eltern warteten vom Krankenhaus auf ihn und dann kam Ashley. Es war mir so unangenehm, mit ihm zu warten, aber dann kam der Arzt und versicherte uns, dass alles in Ordnung sei. Er litt unter Atemnot aufgrund von zu viel Stress. Er musste sich einfach nur ausruhen. Ich ging erleichtert nach Hause. Er war in Sicherheit. Als ich ihn in der nächsten Woche besuchte, war er nicht mehr er selbst. Er sah mich an und fragte, hey, woher wusstest du, dass ich Krebs hatte? Das habe ich nie einem Freund erzählt. Ich sah ihn an und mein Gesicht glühte vor Verlegenheit. Ich mummelte, ähm, ich, ich, du, was, schrie er und dann musste ich es gestehen. Hör zu, Josh, oder soll ich SJ sagen? Ich sah, wie sein Gesicht durch alle möglichen Emotionen ging, während er mir zuhörte. Ich erklärte ihm alles, wie ich ihn mochte und wie ich zu viel Angst hatte, ihm mein wahres Ich zu zeigen und wie ich meine schlechte Vorstellung von ihm änderte, als wir gemeinsam an einem Projekt arbeiteten. Aber nichts davon schien es besser zu machen. Er wurde mit jedem Wort wütender. Du hast mich also die ganze Zeit angelogen, du hast mich zu einem dummen Idioten gemacht und allen gesagt, dass ich Krebs hab. Ich wollte es ihnen sagen, wenn ich bereit dazu war. Ich wollte nicht, dass sie Mitleid mit mir hatten. Wusstest du, dass das Komitee darüber nachdenkt, mich aus dem Stipendienprogramm zu disqualifizieren, weil sie wussten, dass ich krank bin? Wusstest du, dass Ashley mich deswegen absolviert hat? Ich hasse dich und will, dass du verschwindest. Ich weinte. Ich war verletzt von dem, was er zu mir sagte und ich hasste mich auch selbst dafür, dass ich ihm so viel Schmerz zugefügt hatte. Ich verließ sein Zimmer und ging nach Hause. Später schickte ich tonnenweise Nachrichten an seine echte Telefonnummer und an sein Online-Konto. Ich erzählte ihm, wie Leid es mir tat, aber er hat nie geantwortet. Zwei Monate später ging ich zu McDonalds, um mir ein paar Pommes zu holen. Ich saß ihn dort mit seinen Freunden sitzen. Er bemerkte mich, aber schaute weg. Er war immer noch wütend. Ich nahm eine Bestellung auf und ging hinaus, aber bevor ich ging, folgte mir Josh und sagte, Yo, hast du heute Abend Zeit für ein Spiel? Ich drehte mich um und sagte, Hast du Lust auf ein Spiel? Er nickte und sagte, Klar, und irgendwann auch mal zu einem Treffen. Schreib mir. Ich war mehr als glücklich, ihm weitere Nachrichten zu schicken und jetzt sind wir wirklich zusammen. Was haltet ihr von meiner Geschichte? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen und vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.